So Leute, ihr seht schon unten links, ich habe dann Fortnite soweit durchgespielt. Wir gehen mal gerade in die Lobby rein, nämlich wir bekommen jetzt den letzten Stil und damit haben wir alles freigeschaltet, was quasi in dieser Season freischaltbar ist. Ihr wisst, es ist ein langer, langer, langer Weg, aber ich denke mal zur Zeit ist es eigentlich ziemlich leicht, würde ich fast behaupten, den Battle Pass durchzuspielen. Denn man muss eigentlich nur die epischen Aufgaben machen, man muss in Anführungszeichen halt ein bisschen spielen, nicht nur Gruppenkeile, sondern halt alles ein bisschen wild durcheinander. Achtet ein bisschen auf eure Tagesaufgaben, beziehungsweise die grauen Aufgaben und dann werdet ihr das Ganze auch ganz easy genauso machen können. Also ich glaube diese Season ist es wirklich für jeden möglich, den Battle Pass komplett durchzuspielen und ich habe ihn jetzt auch endlich mal durch, aber hat doch ein bisschen gedauert. Ich will gar nicht wissen, wie viele Spielestunden jetzt drin stecken, aber ich würde sagen, das war es erstmal. Ich denke mal, mal gucken, der Luca war der erste, ich war glaube ich der zweite, dritte, vierte irgendwo so da und in dem Sinne euch schon einen schönen Samstag und denkt dran, außen, ne, bleibt zu Hause, Wetter ist scheiße. Also in dem Sinne, haut herein. xen